Jetzt verarscht ich Shadix, Alter! Litho, Plinne, schnell! Nicht geschafft! Toll! Doch hast du noch nicht! P90 von Shadix, klingt gut! Richtig Sniper! Farsch, Michael! Hallo! Hallo! Willkommen zu einer weiteren Runde CSU! Eine weitere Runde? Das ist ja immer noch nicht da, Falko! Ach, jetzt bin ich im Falschen! Was? Ist doch egal! Ist doch egal! Geht halt, der links! Ich glaube nicht! Ich bin hier! Ich bin hier! Es war ganz vorne in Arsch! Nein, ich bin hier! Na los, die da! Geht dann! Mann! Das verarschen, Alter! Ja! Wollen wir! Es geht schon los, die Welt! Ich mein für ein Botspiel, wie scheiße ist das denn? Da, rein! Der ist ein Flugzeug! Ja! Na klar, sag ich! Houliquis, von ihr in die Pfütze. Jetzt sind jetzt das Schulter, immer spielten wir krank! He? Denk auf im Ladebild schwimmen! Das ist doch okay! Das ist doch nicht los! Das ist doch weil er so lebt! Das ist doch nicht los! Was? Das ist doch nicht! Das ist doch doch nicht los! Boots die anderen die Geburt ich habe doch kommt so ein Mann mit kleiner Drecksvergärter und und der Werder so ist sie und die Karte in den Anliefern ich habe gern die Objekte die Menschen abwäten nee nach Krise der Worte bei dem das Update es ist nicht so plädtisch nr die Geschäfte Prozent doch was er noch nicht hier heißt er aber ich will nur noch ein paar wenn du bist und du bist doch Keine gebrochen? Nee. 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 Boah, lasst mir doch auch mal noch übrig zum Wechseln halten. Wenn nicht, dann gehe ich gleich durch. Ist das euer Ehrenz? Ich lebe alleine. Soll ich zu dir rüberkommen dann? Ja, brauchst du nicht. Was? brauchst du nicht. Nein, das geht nicht. Ich leck voll. Was ist denn los? Leck zu den. Seh doch. Geh mich den wie Roboter. Heimel Roboter. Heimel Roboter. Heimel Roboter. Lohmann, ABP. Kippen dahinter. So. Da waren es nur noch drei. Vielleicht mal eine ABP noch holt. Da waren es nur noch drei. Ja, du eine Schatten ey. Nein, auf! Das ist der Polizist. Nein, auf! Auf seine Boot dreht sich um. Mann, noch rum. Oh, P90 von Shadex ging gut. Sehe ich, Sniper. Farsch, Michael. Nein, verdammt! Das ist also bei Arsene. Bei mir jetzt im Team, und die haben wir dich. Ja, das ist super wechselnd. Nein, verdammt! Wir sind jetzt alle da drüben! Nein! So! Das ist alleine spielen. Das ist alleine spielen. Wie viele Leute sind immer gar nicht hier. Jetzt bleibt hier erst recht. Ich denke, ich bin schon am Arsch. Ja, das wird den... Ich bin per Abgeben rausgekappt. Sorry. Ja, ich dachte nur, dass die Aufnahme läuft, ne? Aber egal. Mach's doch nicht! Boah, wir hätten also ein Messer wie ein Popel, ey! Hey! Ey, von wo, Alter? Von vor... Ja! Von da oben! Jo, Mario! Okay, dann geh ich halt wieder rüber, wenn er das so will. Ja, das läuft wohl, ey! Wie soll man das machen gegen 8 Uhr und zu? Ja, weil mein ganz gut ist! Jola! Ja, ich hab vor den Nerven! Ja, das ist ein Schroße! Mach mal! Ja, das ist ein Schroße! Ich hab das Gefühl, es ist leicht unverfolgt. Ja, ich hab nicht Lust, ich hab mich zufällig Lust mehr abzudäten. Ja, ich hab nicht Lust, ich hab mich zufällig Lust mehr abzudäten. Das ist so kacke! Das wird das geil! Könnt ihr gleich abzudäten? Wir können ja abzudäten, ja. Warum, warum nicht? Können wir gerne die Türen? Oh, ich hab schon wieder diese scheiß Ködergranate genommen. Das ist geil! Das wird da nicht reden! Das wird da nicht reden! Das ist so kacke! Oh, danke, wir hatten den Flash! Oh, danke, wir hatten den Flash! Handy! So eine Schädigse zu kriegen, die anders will ich nicht kriegen! Komm alle hier in der B! Jetzt keiner! Ah! Ich geh hier lang, ich geh um! Ich geh doch mit dem Burkender ohne Speisen! Hui! Ach, wir haben gar keine Putz mehr! Ich geh da nicht reichen! Ich geh da nicht rein! 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 Das ist jemand! Du bist ja fast einer! Ich geh da nicht rein! Bloß mal! Die Türen! Du bist ja ein Ulm! Das ist ja ein Auszug nicht! Ich gehe da nicht rein! Ihr вы doch nicht. Du bist ja nicht! Ich bin ja auch! Du bist ja- wo er kriegt die kasse gerne wieder haben diese wegkacke wo er kriegst du echt nur aber wenn du die siehst ich verkauf die gleich die schrote der doch niemals 5 4 3 das Spiel verlassen los und ich hätte noch eine Weile also ein Wettkampfspiel das ist so lang also auf Leine schon weg oder wie er weiß die muss er gehen er hätte werden muss er offline ja ich hab wieder da war unsere Pappenheimer nur noch Exterminator in dem Team der Schwung ist jetzt der Wessel der Letzte wie immer die da steht da krass ich kann sich so klein geschrieben was denn sie sind ramba zamba hier im laden haben wir gekloppt er hat aber die kreide er gelopte de wald die wald die kanda Oh man, ich bin gerade angekommen. Ich wollte gerade blenden. Entscheidungs-Round. Oh, 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 oh. Oh, Glück gehabt. Headshot. Headshot! Letzten Schuss. Gehen wir jetzt raus, ne? Ja, und wenn auch die Aufnahme, wenn es gefallen hat, ich glaube nicht. Gebt ein Like, Gommi und vielleicht ein Abo. Und von den anderen Leuten schicke ich einfach mal. Und steckt mal den Link von den Jungs rein. Oh. Und entschuldige mich, dass ich jetzt bespricht, wie immer. Das ist süß, dann. Also, tschüss. Ja. Ja. Vielen Dank.